Good morning in the morning. Sonntag, der 13. Oktober 2024. Ja, was soll ich sagen? Ein sehr ruhiger Tag. Relativ lange geschlafen, weil ausschlafen muss ja auch mal sein. Man steht ja doch früh genug auf innerhalb der Woche. Mir juckt die Nase. Ja, also lange geschlafen, gefrühstückt gemütlich, dann spazieren gewesen. Ja, und jetzt ist der Tag auch schon wieder fast rum. Gleich noch das Video schneiden und dann kann man sich auch schon wieder aufs Bett vorbereiten. Denn morgen ist wieder arbeiten. Ja, ist immer nicht viel Zeit, ne? Leider. Ja, viel gibt es auch gar nicht zu sagen. Große Runde natürlich, weil ich habe Zeit gehabt. Also nutze ich die natürlich. Es war doch recht frisch, recht kühl. 10 Grad oder so. Also ohne Jacke geht das alles gar nicht. Auch mit Pullover nicht. Es war recht dunkel. Man hat zwar so ganz kurz mal die Sonne so hinter so Wolken gesehen, aber eigentlich kann man das nicht als Sonne bezeichnen. Kein Stück. Ne, das war dunkel. Ja, ihr bekommt Bilder. Und da es gar nicht mehr zu sagen gibt, verabschiede ich mich mit meinem obligatorischen Tschö, Winke, Winke und Bye Bye. Macht's gut. Euer allseits unbeliebter Grimmling. Ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja. Ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja. Ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja. Ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja. Ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja. Ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.